Das ist wie Wutz. Ich möchte gerne meinen Gegner eher sehen. Das wäre geil. Ja, es ist mir aber ein Rese, dass wir gar nichts von dem gehört haben. Wie geht denn sowas? Eine Chance, ja. Gibt es da irgendeinen Perk oder was? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Oh, hier drüben habe ich doch Schreie gehört, oder? Ach, der Boss ist hier. Schrott-Scheißhaufen ist da. Naja, würde ich sagen, machen wir den. Lass die Spinne, die alte da oben. Die kann uns Gegner vom Hals halten. So, Exte finden wir hier. Macht bitte Tor zu. Nicht, dass hier Gegner reingerannt kommen. Oh, Gegner sind da. Ich gehe raus. Oh ja. Oh, hier ist die Drecksmater. Das ist ja cheap aber, ja. Ja. Tomatenmater. Da müssen wir hier rüber. Irgendwas hat hier nämlich Raben ausgelöst. Wieso geht das aus dem Aim, Alter? Hm. Naja, los. Lass uns den Hund abknallen. Ich muss. Oh. Was denn jetzt? Eingekackt. Oh. Ich musste niesen. Ach so? Oh. Schnell. Wir müssen hier rein. Der Idiot schlägt die Tür ein und ich habe nichts. Rein mit dir. Schnell. Da kommt er von. Hier die Tür zu. Nicht, dass der uns noch auf den Sack geht. Hier ist eine Pendeltür. So eine Salon Tür. Oh Scheiße. Wir müssen gucken, dass wir. Lass uns mal hochgehen. Irgendwie. Oder wir halten ihn unten. Er schmeißt unten alles voll. Nur gut, dass die Winfield hier so viel Schuss hat. Gibt es da noch eine Tür? Ja, hier auch wieder runter. Der Brumer noch da unten, wie er draußen rumgrölt. Er hat schon etwas von seiner Eleganz eingebüßt. Naja, aber. Noch nichts alles. Nee. Er kriegt satte Headshots. Er kommt. Scheiße. Wir müssen hier durch. Geht durch. Geht durch. So. Wo ist er? Der Special Agent. Das war's mein Freund. Verbannen. Aber nee, warte. Wir machen erst noch ein bisschen. Ach nee, wir können das Stacheldraht eigentlich lassen. Soll ich verbannen? Naja. Ja. 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 Na den Perk, kannst du den noch nehmen? Ja. Ja. voll bekloppt, der rennt ja unten immer noch rum. Dieser Honk. Hast du den Birk genommen? Ja. Habe ich den nicht genommen? Wahrscheinlich nicht. Ich dachte vorhin, ich hätte ihn auch genommen. Eisner Infanterist, was ist denn das? Ne Ahnung. Soll den Stacheldraht nicht wegmachen? Muss ich mal gucken. Ah, oh, das ist ja geil. Unbesiegbar jetzt, oder? Ne, ich habe hier sowieso so eine, wie so eine Art Winchester heißt ja hier Winfield und die hat ja so ein, ist ja ein unterhebender Repetierer und dafür habe ich den Birk, also ich kann die nächste Patrone einladen in die Kammer und bleib trotzdem in der Zielansicht, im Aim. Äh, das wäre ja auch zu schön, wenn wir einen Ausgang gleich bei uns hätten. Naja, ist immer so. Naja, ne, manchmal hast du es wirklich gut. Oh, hier drei Gesundheitspakete liegen, habe ich schon gesehen. Ja. Also wir können hier eine Weile kämpfen, aber es kommt ja keiner rein. Oder, die warten ja alle wahrscheinlich draußen. Hier ist schön ein Stacheldraht. Hm, schön. Hat er auch Munitionskisten fallen lassen? Jetzt geil. Nein, doch nicht. Keine gesehen. Stimmt, wir müssen bloß mal suchen. Mh, oder wirklich nicht? Nö. Der blöde Hund. Ja, hat es für schön gewesen. Was ist das? Säckchen. Ah ne, jetzt. Doch, hier liegt Munition. Ne, doch. Hier. Doch. Ne, daneben hier. Eine Verbandtasche gab es hier. Aha. Wie ist mir da Falle jetzt hier? Kannst du vor die Salonentür legen. Hm, fragen wir nicht. Oh. Besuch ist, glaube ich, da. Ja, wir haben Besuch. Oh, oh, noch. Ey, scheiß Tür. Cool. Wie ist Ihrいうこと? Jetzt. Boah. 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 Achso, er ist fertig, wir können aufheben. Ich gucke mal. Okay, da hinten ist einer. Hier sind zwei. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns den einen, oder? Ja. Hat er schon was auf dich geschossen? Ja. Ich wünsche, wo er ist. Lass uns hier rüberrennen. Er prügelt sich da oben mit irgendwas rum. Ja. Unsere Chance. Ich hab den. Ja, gut. Den fuckle ich ab, den Hund. Ja. Das muss ich noch enger hier ist. Nee. Ach, hier holt er. Tempen. Warten. So, schnell die Kohle. Du kannst den nicht ausrauben. Lebt es Kohle und Schatten sich zurück. Geil. So, und dann machen wir weiter. Ja. Ich packe dich an. Genau. Anbrennen. Ei. Was trifft mich hier? Keine Ahnung. Irgendwas schallgedämpftes. Ja. Hier drüben. Hier vor uns. Nein. Ach, Mann. Stacheldrahtbombe. Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Mach deine Schattensicht, damit du siehst, wo sie sind. Nein. So. Hast du sie gesehen? Mhm. Gut. Äh, drücke irgendwie F, um dein Gift zu... Alter, was war das für ein Gift? Mhm. Boah, ein übelster Giftpolzen war das. Mhm. Das ging ratzfatz so schnell. Kann man das stoppen? Keine Ahnung, stand nicht da. Mhm. Aber er ist gefallen, der Wichser. Was gibt's denn da zu lachen, Topar? Wir haben uns gut geschlagen. Ganz genau. Sag lieber, ob man das Gift stoppen kann. Ach, kannst du nicht stoppen? Okay, hat er schon. Guter Mann, guter Mann. Das hab ich mir selber gemerkt. Du kannst auch mit reinkommen, wenn du Lust hast. Ja, traut er sich nicht, oder? Ach, traut er sich nicht? Da muss er die komischen Gegner. Obwohl, wir müssen jetzt schon besser herkommen. Wir sind schon besser herkommen. Ja. Es wird. Du kannst reinkommen, Topar. Trau dich. Trau dich, ja. Heute nicht mehr, sag ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Buy 몇 mal. Buy learnt mir. Merry matin. Ei Eduardo come mit dir inHubbleibola Я.. gib lernen сним Police Department, ouse chúng taะ und diem dataset wearingknowinen was bin. wir werden flionenificant. Vielen Dank.